Tschau tschau Light Blue Speed Ja dann lass den Speed auch mitnehmen Einfach mitnehmen, komm Ja nicht, nicht gut Ich hab das Speed mitgenommen Ok, dann weiter Ja Warte mal, komm mal hier Na Na Guck mal wie viele Zombies sind Irgendwo sind Zombies und was Noch ein tiefer Warte mal hier Dann lass uns runter Hier gehts noch tiefer Ja Ja dann die Ebene Na ich glaub da waren wir schon Da waren wir schon So heißt das Silberfischchen? Hier nur hier nur Hast du Silberfischchen dann? Kisten die hast du wahrscheinlich schon Ja das sind sortiert das sind deine Ja wo du sortierst siehst dann kannst du direkt sagen meine Hier hinten gehts weiter Ja Ja Ich muss die Ich hab schon wieder so viel Kack im Moment Boah Gott so ein Herz Mir immer Hallo Hallo Oh alter Fuck alter die Zombies sind Ja alter du hast mich geboxt Jaja Man schlägt die Zombies einmal und dann laufen wir auf einmal los Guck mal hier Guck mal hier Guck mal hier Guck mal hier OneHit 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 Ich OneHit Pass mal auf Guck mal hier Batz Boah alter was ist für ein Schwert Weiß ich nicht keine Ahnung Guck mal hier Batz Da ist irgendwo ein Zombie Wissensfragment brauchen wir nicht ne Floppy Dears Gold Warner Äh Platz 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 im Inventar Scheiße auch da drauf Nein da hinten ist der Spawner Was brauchst du denn? Hast du? Hast du Kristalle? Ne warte 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 Jetzt Oh Quarz Quarz Block einsammeln Zack Oh Zombie Zombie irgendwo sind Spawner Irgendwo sind die Spawner Irgendwo sind die Spawner Ey nicht Wow Oh irgendwo sind die Spawner Also wenn die runterfallen sind die irgendwo hier Sweet Here we are Hä wo sind die Kack Spawner Wow 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 Ja lass Hier In der Wand drinnen? In der Wand Hier ist er Warte Tragment Pfeiler Warte das kann ich nicht mehr Ah hier ist er hier ist er hier ist er Töp Hm Schuss sicher Tank der Stärke Den pfeife ich mir jetzt erstmal rein Dann ist einer weg Ach der war noch zum werfen Alter meine ganz rechte Seite ne Nur Effekte Ja Ja das ist geil Das ist irgendwie richtig geil Hier vorne muss im Gang sein oder? Guck mal auf der Karte Hm Quarzblock Quarzblock Ja das sind Quarzblöcke Oh Hier ist Ja Alter YOLO ey Nein Das sind die Scheißblöcke Ich hätt die mit der Hier gehts runter ne Ja Ja Na komm runter Na ok Ebene Halt Vorne Oh nein diese komischen Krebsficher Alter Hörbe Fische Ich bin Level 30 Weg da Na hau da ab Ich mach schon Ah ok Ah ich lass den Nehmen Ja ich hab keinen Platz mehr Ich hab den 10 genommen Uah Witzschwieg Ne jetzt glaube ich nix Hier runter Ach die gehts noch lang Na warte ich muss mich mal umsetzen Alter Leckt mich am Sackel Ok jetzt können wir noch tiefer gehen Centus bist du ruhig Ja Keine Ahnung warum grad Hier jetzt können wir noch runter gehen Hier waren wir schon Ja dann Wo müssen wir jetzt Oh ne Oh ne Ne der Ebene Endshaft Ja Ok Ok ich hab schon selber Fische Lass uns geradeaus durchgehen oder Er ist hier Mhm Hier müssen wir zwischendurch Mama an die Wände graben Ja aber die Räume siehst du doch auf der Karte Aber bei mir ist es ein bisschen verwirrend Ich bin so die Summa Mach mal Cubs Mach mal Schleim Mach mal Schleim Was ist was ist was ist Oh ich bin fast in dieses Loch hier reingefallen Warte warte ich hab warte warte Die dürfen mich nie boxen Ich muss eben fliegen Warte 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 Wo ist der wo ist der wo ist der wo ist der wo ist mein Eimer Da kommt die Lava her Da Die droppen einfach Farbe Ja Mach mal Cubes Okay Ja was soll denn in den Wänden sein? Truhne höchstens oder was? Truhnen und Räume mit Blöcken drin Ja aber die Blöcke, ja die sehe ich Ben Ne hier ist nur Lava Hier ist nix in den Wänden In dem Raum Nein Da bist du Wow 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 Giant, Giant, Giant Warte den boxe ich, den boxe ich Gib mir auch n Schlag Gönn mir Gönn mir Hier ist ein Eisenblock Goldblock Oh die, 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 die Die kann ich nicht aufsammeln Kann ich nicht aufsammeln, kann ich nicht aufsammeln Die Wand Goldblock Die sind Redstone Blöcke Ja die, die kann ich aufsammeln Oh pass auf, pass auf Wow 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 Fick spin Irgendwo, irgendwo ne Wand Irgendwo ne Wand Spawner Ich hab ihn Irgendwo ne Wand ist der Spawner Ich muss aufpassen Irgendwo ne Wand ist der Spawner Effekte 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 Den boxe ich Das ist meiner Ok Ich muss kurz Equip leeren Das weg Ich tu jetzt das ganze Essen wegwerfen Melonen behalte ich aber Hm Sind Samen Ne ne Kann ich aber machen Ich hab Samen Ja gib mir Ja ich behalte die auch mal Falls die nur doch sterben Äh 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 Ich hab neun platz im Winter Irgendwas muss weg Ne da war es ein Wenn du ja tu weg Ja tu weg Haben wir die? Ne die will ich anbauen Schwarzpulver Schwarzpulver kam weg Ach ja Wettest du an Blöcker? Hast du die? Lass mich gehen Watt auf hinter den hinter den hinter den blindigen Aids Hier ist noch ein Spawner Autokoll Hier ist Muss irgendwo noch ein Spawner sein Oh nein, jetzt sammeln die Eisengitter und so n Scheiß ein Okay, hier waren wir. Dann brauchen wir gerade ausdurchgehen, ne? Boah, alter Schwede. Okay, stirb. Wow, wow, spawner, 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 ey, ey, scheiß drauf, guck mal, dieses ganzen Spawner, komm mal, schnell, 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 gib Gas. Du weißt nicht, was ich gerade für ein Schwert bekommen habe. Ist mir gerade egal, guck mal, wie viele Spawner. Alter. Hier, Spitzhack, ne, Heldstil, Spitzhacke. Ich habe ein Schärfer, 5, Looting, 3, Unbreaking, 3, Dia-Schwert bekommen. Ja, dann gib mir das. Faggert. Hier. Namensschild, Namensschild, Namensschild. Oh, wie eine geile Hose meins. Ernsthaft. Wie fett ist das denn? Ernsthaft, man kann ich nicht. Oh, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ich muss den Konzentröger hinstellen, ne, Black. Wie bitte? Pass auf, da ist das Schwert. Man kann das nicht so komisch hinstellen, so wie du meintest. Was kann man enchanten? Kann ich so komisch hinstellen, die Zäune. Man muss die echt so machen, dass die gerade laufen, sonst funktioniert es nicht. Äh, ich weiß, woher haben die nicht überall verbunden, aber egal. Ähm, doch, doch, Warns. Warns, Warns, Lücker. Warte, egal. Was ist denn? Was ist denn? Ich habe eine Heldsteel-Axt, Ähm, Efficiency 4, Unbreaking 3. Ne, müssen wir irgendwo was loswerden. Geil ist das, bitte. Ich habe Zeug, ich... Äh, Alter, da oben ist irgendwo noch ein Spawner. Da misst dich. Da ist die Lava. Oh, oh. Die Lava kommt runter. Lass das, pass auf, auf die Lava. Geht, 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 klar. Da ist er, da ist er, da ist er. Ich habe ihn gefunden, ich habe ihn gefunden. Nice. Baum ist hier, dort. Ah, hier, wir sind wieder zu, äh, hier. Ja. Ja, nice. Super. Wenn wir weitergegangen hätten wir so Sachen bekommen, Alter. Alter. Schärfe Plünderung und Halberkeit. Fett. Das denn, BT, Alter, das ist so krass. Ist irgendwo noch ein Spawner. Hier ist ein Spawner. Ich gehe rechts, ich gehe rechts. Okay. Irgendein, in solchen Dungeon gibt es irgendwo, ähm, irgendwas, ähm, Wieser. Ja, guck mal, da unten auf die Karte geht es noch weiter, anscheinend. Hier muss es noch weiter gehen. Ja, aber den wird man noch sehen, den Wieser. Oh, irgendwo ein Zombie. Nee, der ist noch nicht gespawnt. Der spawnt erst, wenn man in den Diensten rauf reingeht. Stopp die. Alter, wow. Was war das? Alter, du hast mich wieder geschlagen, ernsthaft. Nein, nein, habe ich nicht. Doch, du hast mich, du hast mich gequittet. Pass auf, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Irgendwo in den Wänden, irgendwo in den Wänden, irgendwo in den Wänden. Ich höre euch noch rummeckern die ganze Zeit. Hier stehen. Lass mal mal gucken. Ich habe ihn. Ja. Da muss dann spinnen. Zombie oder spinnen? Weiß ich gerade gar nicht. Ich habe den anderen, ich habe den anderen. Ja, okay. Hier ist noch eine in der Ecke, hier ist noch einer gewesen. Alter, du hast ihn gar nicht gesehen. Ach so. In den Vierecken sind welche. Hier müsste auch noch irgendwo einer sein, da ist er. Ah, okay. Okay. Kurz-Effekte. Ja. Habe ich irgendwas sammelt? Hat er einen angesammelt, ne? Nein. Okay. Ah, da ist er. Boah, alter, so viel Crab sind auch, ne? Ja. Ich habe ein Namensschild. Magic Leggings of Defense. Boah. Ich habe auch schon... 4, Unbreaking 3. Das ist eine Deer-Hose. Ja, hier ist auch noch eine gewesen. Hat irgendwas. Das Buch. Ah. Da. Andere Hose. Leck damit. Das will ich behalten. Zack, weg. Hier gibt es Lank, oder? Ah ja, anscheinend. Da irgendwas ist in der Mitte. Irgendwas ist in der Mitte. Irgendwas ist in der Mitte. Irgendwas ist in der Mitte neu gespawnt. Ah. Was heißt hier? Ich muss aufpassen, dass da nirgends wohl noch Lava ist. Ich brauche noch irgendwo neu, die Fekke, Dinger. penguin. Hier. Ich brauche noch das.